Krisen der Republik. Politik. Politisch gesehen befand sich die erste Republik in einer Dauerkrise. Bereits 1920 schied die Sozialdemokratische Partei aus der Regierung aus, dass sie das Sparprogramm der Christi-Sozialen nicht mittragen konnte. Die Christi-Sozialen gingen nun eine neue Koalition mit der Großdeutschen Volkspartei und dem Landbund ein. Ab diesem Zeitpunkt verschärfte sich die Auseinandersetzung der beiden politischen Lager. Aber welche Werte verfolgten nun die politischen Lager? Die Schwarze Christi-Soziale Partei vertrat bürgerlich-konservative Werte. Ihre Wähler kamen vor allem aus dem bürgerlichen Bereich, der religiösen Landbevölkerung und anderen konservativen Gruppen, die zum Beispiel den Anschluss an Deutschland angestrebt hatten. Politische Ziele waren der Kampf gegen den Marxismus, Kampf gegen den Liberalismus und die Aufrechterhaltung der christlichen, religiösen Werte. Daher auch immer wieder Propaganda gegen Jüdinnen und Juden, wie man hier auf diesem Bild sehen kann. Die Rote Sozialdemokratische Arbeiterpartei vertrat die Rechte und Forderungen der Arbeiterklasse. Sie orientierten sich an den Werten von Karl Marx und dem Sozialismus. Politische Ziele waren Mindestlohn für die Arbeitnehmer, die Gleichberechtigung, dass Österreich eine parlamentarische Republik sein soll. Am Parteitag 1926 erließen die Sozialdemokraten das sogenannte Linzer Programm. In diesem drohten sie jetzt dem bürgerlichen Lager mit Diktatur. Die Republik Österreich war nun in ein rechtes und ein linkes Lager gespalten. Wien war rot mit einer roten Stadtregierung und die schwarzen christlich-sozialen waren in der Bundesregierung durch eine Koalition natürlich vertreten, konnten sonst aber vor allem auf den Rückhalt aus den Bundesländern zählen. Beide Parteien schafften es jetzt aber, Massen für sich zu mobilisieren. Dazu wurden paramilitärische Schutz- und Wehrverbände gegründet. Auf Seiten der Sozialdemokraten hat dies der Republikanische Schutzbund und auf Seite des christlich-sozialen die Heimwehr. Beide Gruppen waren bewaffnet und zeigten Sonntag für Sonntag ihre Stärke, indem sie Aufmärsche veranstalteten und ihre Gegner provozierten. Schlussendlich wird dies zu einer blutigen Eskalation der verfeindeten Lager führen. Am Ende gibt es wieder etwas für Wissenshungrige. Auch heute noch bestimmen diese beiden Großparteien den politischen Alltag, aber unter anderem Namen. Aus den christlich-sozialen geht schließlich 1945 die österreichische Volkspartei hervor und aus der sozialistischen Arbeiterpartei 1945 entsteht 1991 die sozialdemokratische Partei Österreichs.